Hallo liebe Kinder, in diesem Video möchte ich euch einen sehr berühmten und bekannten Künstler vorstellen, Pablo Picasso. Er lebte vor ungefähr 100 Jahren, also in der Zeit der klassischen Moderne, aber ihn einem bestimmten Kunststil zuzuordnen ist schwierig. Er selbst hat verschiedene Kunststile erfunden und immer wieder neu und anders gemalt. Picasso war wahrscheinlich einer der vielseitigsten und fleißigsten Künstler überhaupt. Es wird geschätzt, dass er 50.000 Bilder, Zeichnungen und Skulpturen geschaffen hat. Picasso hat früh angefangen zu malen und galt als Wunderkind. Wenn man die Bilder sieht, die er mit 15 Jahren gemalt hat, dann kann man das gut verstehen. Mit 20 zieht er nach Paris, das damalige Zentrum der Kunst, wo viele berühmte Künstler lebten. Ich möchte euch die verschiedenen Phasen von Picassos Bildern zeigen, wie unterschiedlich seine Bilder sind und er immer wieder neue Ideen entwickelt hat. Die erste Phase seiner Bilder nennt sich die blaue Periode. Die Bilder sehen irgendwie traurig aus. Ein paar Jahre später werden die Bilder dann wieder farbiger. In dieser Zeit malt er hauptsächlich Harlekine, so nennt man auch Clowns, in ihren Kostümen. Dies war die rosa Periode und Picasso malt hauptsächlich Menschen. Nachdem er afrikanische Masken gesehen hat, ist er begeistert von den ausdrucksstarken Formen und beginnt die afrikanische Phase. Die Figuren werden immer einfacher und in geometrische Formen zerlegt. Man kann erkennen, wie Picasso in seinen Bildern die nächste Phase entwickelt und einen neuen Kunststil erfindet. Den Kubismus. Nun werden die Bilder immer abstrakter und man kann kaum noch etwas erkennen. Picasso malt nun fast keine Menschen mehr, sondern nur noch Gegenstände. Diese Art von Bildern nennt man stillleben. Viele Jahre malt er solche Bilder. Aber nach ein paar Jahren scheint Picasso diese Art der Malerei langweilig zu werden. Er möchte nicht sein ganzes Leben lang nur in einem Stil malen. Picasso malt wieder ganz anders. Diese Phase nennt man die klassische Periode. Er malt wieder Menschen und seine Bilder werden auch wieder realistischer. Auch in dieser Phase zeigt sich Picassos Vielseitigkeit und seinen Ideenreichtum. Aber auch diese Phase dauert nur kurz und Picasso wird wieder abstrakter und er findet ganz seltsame Figuren und Gestalten. Seine Bilder von Menschen werden immer einfacher, immer abstrakter. Dabei nimmt Picasso die Gesichter regelrecht auseinander und baut sie wieder zusammen und er findet wieder eine ganz neue Art der Malerei. Wir wollen uns mal diese Art Menschen zu malen anschauen und dann zeige ich dir, wie du selbst ein Bild wie Picasso malen kannst. Wenn du diese Gesichter siehst, was fällt dir auf? Einmal sieht man ein Gesicht von der Seite, dann sieht man das Gesicht auch von vorn. Manchmal wandert der Mund an eine ganz andere Stelle. Die Gesichter wirken fast entstellt und doch kann man den Menschen, den Picasso gemalt hat, wiedererkennen. Und auf diese Art hat er immer wieder ausprobiert, Gesichter auf verschiedene Art und Weise zu malen. Jetzt kannst du ein Gesicht wie Picasso malen. Erst von der Seite, die Stirn, Nase, Mund, das Auge und nun auf die andere Seite das andere Auge und den Mund von vorn. Wenn es schief ist und nicht ganz passt, umso besser. Mund und Nase können auch ganz woanders liegen und die Augen außerhalb des Kopfes. Fertig ist dein Picasso. Ich bin gespannt auf dein Bild und wünsche dir viel Spaß.